So, wir steigen hier jetzt mal wieder ein und schauen mal, was uns diesmal erwartet, ob wir die Scheiße hier auch überleben. Nehmen wir erstmal wieder die Muni mit. Jetzt die Frage, von wo kommen die jetzt? Habe ich sie gerade gehört? Schauen wir mal da hinten. Da steht auch keiner. Wann kommt mein Kollege hier eigentlich mal rauf? Jetzt kommen wir. Na. Da war schon mal einer. So, einer weniger. Na komm schon, ich habe dich doch gerade weg gehen sehen. Da ist einer. Dann! Hör mal los! Wir schau mal dort! Jetzt Marty und ich da nicht vergangen! Sperr, jetzt! Wir schau mal dort! Ich bin vor ihm. Das war's schon rein! Wir schaueln uns nicht mehr! Ich habe ihn vor ihm. Na, kommt schon hier, Schisser. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich auch keinen Bock hier nochmal zu verrecken, hey. Gehen wir mal vor. Wir suchen uns hier gleich irgendwo Deckung. Na super, den habe ich nicht gesehen. Schöne Scheiße, jetzt geht der ganze Dreck von vorne los. Ja, genau, deswegen. Wo ist er denn? Wo ist mein Punkt? Letzter. Ist da auch noch einer von den Schwanzlutschern? Mann, hey. Ich sehe zumindest keinen. Gehen wir mal einen Schritt vor. Wir holen uns die Minigun. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 So... Okay... Na du Arschloch! Zu früh gefreut! So... Nochmal wage ich mich nicht zu weit raus. Ihr Wichser seid doch hier irgendwo, das weiß ich ganz genau. Kommt schon, die Zuschauer wollen Action sehen! Ich könnte auch die... Könnte ich natürlich auch hernehmen. Dann lasse ich den Jungs die Rübe weg. Ja, das war nix! Mann, das gibt's doch nicht! Ach... Hast du den jetzt gekillt? Und... So... So, den haben wir auch erwischt. Ampelt da noch einer rum? Irgendwo ist noch einer. Da hinten... Boah, aber grad so noch! Wir holen uns trotzdem die Minigun, ein bisschen Muni. Okay... Jetzt hier erstmal rauf. Ich denke mir der erste wird wieder von links kommen. Der zweite dann von rechts. Ich werde ihr drauf tun können! Nein! Puh, bis hier rein? Ach was jetzt! Vielleicht? Dann rauf! Wirklich, merkst! Ei... Halt nicht! Ich tueila, Ja... Was aber... Nein, da kommt keiner. Na, was verreißt den jetzt so, der Maxl? Hold your horses! You're getting whacked, Jerkos! I'm gonna fuck you up! Hold it! Hold it! Hold it right there! Cover me! Cover! Coming right up! Hold your horses! Stay right there, shitbirds! Wait! You're really better than you are! Na, trau dich vor! Oh god, ich probier's jetzt mal von der anderen Seite. Hold it! I'm gonna fuck you up! You're getting whacked, Jerkos! You're really pissing me off! I've seen better shots than you at the doctor's office! Sin under you. You really don't got me! You can't take me off! And you just cover me! No! You! You bastard! We are dead now! Dead! Na endlich! The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, yeah, but how are we gonna know who we're after? Huh? I got hollow points. We all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. Alright? Alright? Fair. That's all. I look like a fucking socialist. An aid worker? We'll work it out together. Okay? Look. Cuz, how long have we been doing this? I'm not giving no handouts. I'm not giving no handouts. I'm not asking for a handouts. We're out of your work. Whatever, whatever. Shut up. Whatever. Stop chilling. There he is! Alright? Just look. Just look. Joe, Joe! Put a bullet in him! Okay. Das waren hoffentlich alle. Die, motherfucker! Nein! Ein Wichser! Ein Wichser, der im Weg steht! Die! Die, you fucker! Fucking Christ! Na toll! Genau jetzt ist die Knarre leer. Das ist doch scheiße, sowas. Was? Echt, Spaßama! Zack! Headshot! 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 Jetzt kommt der von der anderen Seite schon wieder. Ja, grutze, fix nochmal rein. Ah, das muss schneller gehen. Zack, 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 zack. Warum sich denn die alle verstecken? So, da wäre ja auch einer von euch Wichser Munition legen lassen. Wow. Na toll. Das finde ich immer genial. Ja, ich bin gespannt, wo er gespeichert hat. Oh, was schnelleres. Muss man doch gehen. Ich bin gespannt, was ich hier? Ich bin gespannt, was ich hier? Ich bin gespannt, was ich hier? Ich bin ein Latino oder so. Das ist fucking awesome. Hey, das ist noch ein. Geht's, ich bin gespannt, was ich hier? Jesus Christ. Shit. Ich kann ihn nicht, wenn ich nicht mehr動. He ist gut, fellas. Haha, du schickst! Haha, du schickst! Oh, oh, du schickst! So. Sie hatten keine Grund, dass Passos sich nicht von ihm leben lassen, wer sie auch glaubten, dass er sein war. Ja, aber ist schon noch genug. Schauen wir mal, hier noch mal schnell. Das war... Ja, da haben wir doch was Güldenes. Ich muss mir hier nichts lügen lassen. Schön die Money einsammeln, genau. Ja, das ist am einfachsten, wenn man mal halbwegs weiß, wo die Jungs stehen oder wo sie herkommen. So, ich cutte hier mal kurz ein bisschen das in der nächsten Folge wieder. Bis gleich, euer Mirdaso. Mein Gott, hey. Mirdaso, so heißt's. Also dann, servus.